Drei, zwei, eins, Licht an! Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Offiziellen hier oben, bedanke mich bei unserem Veranstalter, bei Helmut Russ, bei der Senatorin, Dilek Kohlert, Bürgermeisterin von Berlin, bei unserem Bürgermeister von Berlin, bitte. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Christoph Bohmeister von der Deutschen Bank. Schön, dass Sie bei uns waren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei音stern. Ich bitte nicht, wie Sie, da was Sie von der Herrmann, beseitigend werden, aber es ist das Wichtigste. Ich bedanke mich. Das war's für heute. Also freuen wir uns auf eine wunderbare Weihnachtszeit 2016, hier auf dem Weihnachtszauber Gendarmenmarkt. Haben Sie eine schöne Weihnachtszeit, bleiben Sie gesund und genießen Sie die nächsten Tage hier in Berlins Mitte, den schönsten Weihnachtsmarkt, also zumindest gefühlt der Welt. Ist er, kann man einfach nur so sagen, muss man auch rauslassen. Weil wenn man sich das hier anschaut mit den Wagoden, mit den Lichtern, jetzt dieser Baum, ich glaube eine Million, eine Million Lichter, richtig viel, sind nur 100.000. Also wir wünschen Ihnen einen schönen Abend, das heißt eigentlich wünschen wir Ihnen viele schöne Abende. Bis zum 31. Dezember hier auf dem Weihnachtszauber Gendarmenmarkt. Bis zum 31. Dezember hier auf dem Weihnachtszauber Gendarmenmarkt.